Fang endlich an, deinen Bronzer unter deine Augen zu setzen. Wichtig, es funktioniert nur mit Cream-Produkten. Wenn du eher so ein bisschen weniger trägst, dann siehst du aus, als du zum Schlappen gebadet. Einfach eine ganz leichte Schicht unter dein Augenring auftragen. Der Vorteil ist, dass der Kontrast zwischen deiner hellen Haut und der dunklen Haut deutlich geringer wird. Und vorsichtig ausblenden. Aber nicht auf dein Augenring. Und erst dann die Foundation auftragen. Jetzt den Concealer auf die dunkle Stelle. Du brauchst weniger Concealer, du brauchst weniger Foundation und das sieht deutlich natürlicher aus. Folg mir einfach, damit du ein paar Tipps kriegst, wie dein Make-up noch ein Stückchen besser werden kann.